Möge deine Hand an die Gerechte sein, mein Prinz. Wer hat behauptet, ich sei gerecht? Sein oder nicht sein? Nicht sein. Columbia Pictures präsentiert mit Stolz den größten aller Filmhelden. Jack Slater. Slater! Daran dürfen Sie nicht mal denken, Slater! Das ist der stellvertretende Gouverneur. Bring dich mal an, Sie. Ruf mich an, wenn der richtige Gouverneur da ist. Und Danny Madigan ist sein größter Fan. Jack Slater 4. Doch heute Nacht wird ein magisches Ticket. Das ist eine Eintrittskarte in eine andere Welt. Danny seinem Helden näher bringen. Als sich je irgendjemand zerträumt hat. Jack! Ich glaube, ich spinne. Ich bin im Film. Wer bist du denn? Danny Madigan. Erschieß mich nicht, ich bin noch ganz jung. Und sie reisen mit ihm. Wer ist dieser Zwerg und warum grimmst der immer so blöd? Ich kenne diesen Jungen überhaupt nicht. In einer Welt, die aufregender ist als das wahre Leben. Dieses Ticket ist verzaubert und funktioniert. Und besser als die Wirklichkeit. Glaubst du wirklich, dass du hier in einem Film gelandet bist? Ja! Die ganzen bösen Typen, die hier mit spielen, habe ich schon mal im Kino gesehen. Könnte ich bitte mit dem Drogendealer des Hauses sprechen? Einen schönen Tag noch. Blech den um! In diesem Herbst gibt's Hochspannung. Ich hab was gegen Leute, die sich für besonders schlau halten. Da mussten schon viel Jüngere dran glauben als ihr. Und jede Menge Aufregung. Oh, wie ich sowas hasse. Er hat das Ticket! Jetzt besitze ich Macht. Die wirkliche Macht. Er ist jetzt in meiner Welt! In dieser Welt haben die Bösen endlich mal die Chance zu gewinnen. Die Tür müsste noch offen sein. Jetzt komm! Wenn ich gehe, wie komme ich dann wieder zurück? Und sie erleben all das von beiden Seiten der Leinwand. Wo bin ich hier? Das hat mit Kino nichts mehr zu tun, Jack. Sei vorsichtig, hier läuft alles ein bisschen anders. Verdammt, das hat richtig weh getan. Arnold Schwarzenegger ist Jack Slater. No! Irgendwann ist Schluss mit dem ganzen Heldentum. Und Jack Slater ist... Alle Mann in Deckung! Runter! Last Action Hero Das stärkste Ticket des Jahres Ich komme wieder. Ha! Damit hast du nicht gerechnet, was? Wieso? Das sagst du doch jedes Mal. Ach, wirklich? Wir sind im nächsten Mal. Nein? Zeit. Ja? Ja? Untertitelung des ZDF, 2020